hallo und herzlich willkommen bei cute lifehacks.de also cute lifehacks ist ein kanal die ich vor zwei jahren gestartet habe und es hat jetzt fast eine million abonnenten aber es ist auf englisch und wir haben uns entschieden jetzt eine deutsche version zu machen genau also cute lifehacks.de auf deutsch sprich es ist der ähnliche content oder auch der gleiche content den wir teilweise gemeinsam kreieren und einfach gemeinsam etwas auf deutsch und auf englisch schaffen um einfach absolut jeden mit den neuesten trends zu versorgen die es bei do it yourself gibt also wir arbeiten beide sehr eng zusammen und deswegen kriegt ihr wirklich content super schnell sehr oft und wirklich wenn irgendwas trendy oder viral geht dann erfährt ihr sofort drüber es gibt ja wirklich viele dinge die in amerika oder auch in asien oder sonst wo wirklich cool do it yourself sind und so können wir gemeinsam uns wirklich individuell auf die neuesten trends stürzen und die coolsten do it yourself ideen für euch kreieren also nur damit ihr uns ein bisschen besser kennen ich bin joana ich bin chinesen aber in wien aufgewachsen und deswegen rede ich auch deutsch ich habe design studiert und habe sehr sehr lang als designerin und comic zeichnerin gearbeitet und irgendwann bin ich dann auf youtube gelandet und habe dann zwei kanäle gemacht die sind beide diy und eine heißt macaroon einer heißt cute life hacks und die zwei kanäle sind mittlerweile zwei von die größen aus ganz österreich sie sind super erfolgreich was voll lustig ist aber die sind überhaupt nicht auf deutsch also die sind beide auf englisch ich wollte wirklich sehr lange etwas auf deutsch machen aber es fehlte mir leider die zeit und dann habe ich lisa getroffen und er bemerkt das ist wirklich die perfekte person so um mich beim deutsche übersetzung zu helfen ja ich bin wirklich so begeistert und ein riesen fan von beiden channels schon seit jahren ich glaube von anbeginn war ich schon ein riesen fan und es ist mir eine riesen riesen ehre und ich freue mich ein teil von cute life hacks jetzt sein zu dürfen und cute life hacks.de jetzt gemeinsam mit dir zu starten es ist mir wirklich eine riesen riesen ehre aus ganzem herzen so jetzt war ich schon sehr emotional noch kurz was zu mir ich was ist zu mir interessant und hast PR studiert und ich finde mich selber immer so absolut uninteressant deswegen noch kurz zu mir ich bin auch aus wien ich habe eigentlich studiert auf public relations für luxusmarken und sollte jetzt eigentlich in einem büro sitzen und drauf public relations machen also was das slime was für ich mache stattdessen mache ich do it yourself videos auf youtube wenn ich meine oma fragt was ich beruflich mache sagt sie immer irgendwas im internet ich habe auch schon seit längerer zeit meinen eigenen channel der heißt meine version das obenbelinkt schaut euch das unbedingt an genau und da sind einfach meine persönlichen eindrücke blogs beauty alles mögliche durchgemischt und ich freue mich jetzt riesig einfach an den fokus komplett auf do it yourself zu legen und auch die gesamten do it yourself nochmal nachzumachen die es schon gibt auf cute lifehacks weil die sind wirklich genial und ich wollte die alle immer schon mal durchprobieren also ich bin very very happy und freue mich darauf also wir freuen uns so sehr dass cute lifehacks jetzt online ist und ihr könnt natürlich den channel unten abonnieren unbedingt auf abonnieren klicken oder auch einen daumen nach oben geben ab sofort kommen regelmäßig ganz ganz viele videos ganz viele do it yourself das heißt ihr seht wahrscheinlich auf cute lifehacks international das gleiche video wie auf cute lifehacks.de also bleibt dran oh und wir haben auch einen instagram kanal oh ja also auf instagram sind wir unter cute lifehacks.de das ist auch noch verlinkt da posten wir immer updates vielleicht ein paar stories oh behind the scenes die ganze zeit also bleibt dran und danke fürs zusehen danke das ist auch noch nicht schau du w w w w Bis zum nächsten Mal.